Das Logistikunternehmen PHL zieht um. Vom Standort Oldenburg geht es nach Wadenburg. Der Umzug läuft bereits seit dem Frühjahr und soll bis Ende des Jahres fertig sein. Auf einer Grundstücksfläche von 23.000 Quadratmetern entsteht eine Lagerhalle sowie ein Bürogebäude. Die 9 Meter hohe Halle soll bereits im November in Betrieb genommen werden.